Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Dieses berühmte Zitat stammt von John F. Kennedy und ich glaube der Aufruf des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anlässlich seiner Amtsantrittsrede im Jänner 1961 ist aktueller denn je. In Zeiten der multiplen Krisen, des Klimawandels, in Zeiten in denen unsere liberale Weltordnung und Demokratie vermehrt in Frage gestellt wird, in denen Menschen glauben Meinungsverschiedenheiten über Kriege austragen zu müssen, sollte jeder von uns immer wieder in sich gehen und sich die Frage stellen, was kann ich tun, was kann ich gegen Unrecht, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft tun, was kann ich in meinem Umfeld tun, um dieses Land, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was kann ich tun? Ich bin überzeugt davon, wenn sich jede und jeder ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzt und dann entsprechend handelt, werden wir viel bewegen können.